Also wenn ich traurig bin, dann fühlt sich das an, als würde das so anschwellen, so ein bisschen, so ganz leicht, als wäre dann wie so ein Kloß im Hals, als würde das so enger werden, als könnte man es gar nicht runterschlucken. Und wo fühlst du deine Traurigkeit? Wo ich die fühle. Wenn ich traurig bin, ja, dann kann ich erst mal gar nichts mehr essen, weil ich wahrscheinlich Bauchschmerzen habe. Ich glaube, es fängt im Bauch an, dann ist das schon wie ein Stein. Aber dann wird der ganze Körper immer fester und manchmal geht es auch vom Kopf los. Wenn du so richtig traurig bist, was machst du dann? Also was mir sehr hilft, ist rauszugehen, spazieren zu gehen oder einen Freund anzurufen oder eine Freundin. Aber man könnte ja auch viel Schokolade essen. Also ich glaube, Schokolade hilft manchmal. Ja und singen. Singen hilft auch, finde ich, bei vielen. Und wie fühlt sich das bei euch an, wenn ihr traurig seid? Was kann man machen, wenn man traurig ist? Was hilft? Was macht ihr dann? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Schusch.